Kleines Kind, ich hab keine Zeit für dich. Ich muss noch eine Aufgabe erledigen. Gibst du endlich auf? Nicht schlecht, aber du bist immer noch ein Kind. Das heißt, du wirst wahrscheinlich richtig jung und lecker schmücken. Hilfe! Bitte! Hilfe! Willst du eine Gratis-Paname? Ich erfülle das Gehäuse mir und tue alles für mich, egal was ich dir sage. Ich gehäuse dir. Wie? Mach Leute stärker und gib ihnen ein neues Auge. Okay, Meister. Ja. Oh, Kevin, was machst du hier? Ich will eine neue Erfindung. Ich gebe dir niemals die Universum an. Okay. Das ist mein Ende. Warte mal, du tötest mich nicht? Nein, ich hypnotisiere dich. Warte, nein. Was soll ich für dich tun, Meister? Natürlich, Meister.